Yo, Freunde! Heute habe ich einfach mal mit der Viti-Gang das neue Lego Fortnite gespielt. Und Leute, das war mega lustig! Und natürlich waren wir auch produktiv und haben mal übelst coole Dinge gebaut. Aber ich würde sagen, schaut es euch jetzt gerne selber an und let's go! Schere, Stein, Papier und... Wir haben beide Steine. Zweite Runde und wer gewinnt? Money! Und was werde ich haben? Yo! Freunde! Denn damit will ich euch herzlich begrüßen zur Lego Fortnite! Und Freunde, unsere Mission ist es heute... Ne, aber was ist unsere Mission? Ich habe bis jetzt erst zweimal Kacke gesammelt. Bye, Junge! Okay, Freunde, fangen wir mal an. Denn ich glaube, jeder von euch hat bestimmt schon das Game gezockt. Okay, ich würde sagen, lasst uns auf jeden Fall mal alle gemeinsam was sammeln. Ey, Leute, ich habe das noch nie gezockt. Das ist das allererste Mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon gespielt habt. Und ob wir irgendwie einen Community-Server machen sollen. Also würde ich sagen, Leute, let's go. Wir farben erst mal und... Oh mein Gott, Alter, guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Warte mal, ich streichel dich. Alles gut, Huhn? Und warte mal, ich habe ein Ei bekommen. Wie cool! Okay, Freunde, mal gucken, wie weit wir heute kommen und vor allem nicht, wie schnell wir vorankommen. Denn mein Ziel ist es eigentlich heute... Ja, erst mal das Spiel kennenzulernen. Und oh mein Gott, was? Ich habe jetzt einfach schon ein Ei, eine Himbeere und einen Kürbis. Denn oben links seht ihr meine Essensliste. Also, sobald ich was esse, bekomme ich oben neue Punkte und boom! Ich habe einfach noch drei Leben. Ich hoffe, das ist gut. Mal sehen, Freunde, ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich Leben verliere. Aber was ist eigentlich, wenn ich ein Hühnchen angreife? Warte mal, ich probiere das mal. Und let's go. Jo. Oh. Äh. Hühnchen, bleib stehen, Mann! Oh, oh. Oh. Ich habe einmal Fleisch bekommen. Okay, Freunde, mit Kuh kann ich bauen und ich könnte einfach eine Werkbank bauen, ein Sägewerk und ein Grill. Warte mal, ich habe Hunger. Und eine einfache Holzhütte. Hm, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aua. Warte mal, ich tue mir die Hände weh. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall einen Stein. Okay, ich habe schon gesehen, hier ist eine Werkbank und ich kann mir einfach eine Spitzhacke und eine Axt bauen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Spitzhacke. Und warte mal, kann ich damit... Oh mein Gott, was? Ich kann einfach Steine abbauen. Let's go, Leute. Oh mein Gott, wie nice. Warte mal, Hühnchen. Oh, tut mir leid. Dünger ist immer gut. Okay, Freunde, natürlich möchte ich noch eine Axt haben, meh. Und warte mal, Fackeln gibt es sogar auch noch. Okay, Freunde, jetzt ist das Holz dran. Oh mein Gott, ich finde, das ist so wie Minecraft. Leute, was sagt ihr eigentlich zu dem neuen Lego Fortnite? Ich muss sagen, mir macht es bis jetzt gerade richtig Spaß. Äh, okay, na gut. Ich habe tatsächlich aber erst vor zwei Sekunden angefangen, muss ich ehrlich sagen. Okay, mal gucken, was die hier hinten gebaut haben. Und oh mein Gott, alle sind fleißig am Arbeiten. Und hier ist einfach schon eine Holzhütte. Warte mal, was ist, wenn ich die eigentlich kaputt haue? Kann ich das machen? Warte mal, Freunde, wie viel Leben hat das Teil? Oha, das geht ja nicht mal kaputt. Aber wir brauchen natürlich noch mehrere Dinge. Und oh mein Gott, schaut mal. Weil es gibt jetzt neue Platten, Hüttenwände, Hüttensäulen und noch ganz, ganz coole andere nutzliche Dinge. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall mal so eine... Wir brauchen erst mal so eine billige Hütte, Freunde. So, guckt euch. Das war doch... Oh. Ich glaube, Hütte ist kaputt. Hütte zerstört. Ich habe nämlich gesehen, dass man einfach Hüttenwände bauen kann. Und die muss ich eigentlich, glaube ich, so... Oh mein Gott, ja, wie cool. Oh mein Gott, Freunde, komm, let's go. Wir bauen erst mal so eine billige Hütte hier. Für uns als Witty Gang. Und ich würde sagen, Freunde, ich schlafe... Äh, warte mal. Hä? Ich kann hier gar nichts spawnen? Oh. Okay, Freunde, ist ja logisch, dass ich nicht spawnen kann. Denn ich habe einfach gar nicht genügend Holz. Ich glaube, ich muss jetzt mal farm gehen. Oh mein Gott. Yo, warte mal, ich habe ein Schaf gefunden. Schäfchen, bleib stehen. Ich will mit dir kuscheln. Oh. Upsi. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hier ist einfach eine... Cool. Oha. Und warte mal, ich streiche... Und? Ey. Ich will auch ein Paket Milch. Ey, warte mal, was macht denn mit der Kuh? Oh. Die arme Kuh. Okay, Freunde, aber nun habe ich genügend Geld, um mir ein kleines Bett zu bauen. Denn... Oh mein Gott, wir haben jetzt nämlich schon unsere Hütte fertig. Beziehungsweise fast unsere Hütte fertig. Und warte mal, ich schlafe... Ja, Leute, ich schlafe einfach neben der Werkbank. Warte mal. Dorf aufwärten? Okay, Freunde. Wir sind anscheinend Level 1. Ein zusätzlicher Dorfbewohner kann in diesem Dorf leben. Freundliche Forscher werden das Dorf besuchen. Oha. Okay, Freunde. Ich habe mir eine Treppe gebaut. Zumindestens. Ich will eigentlich gerade eine bauen. Denn ich habe eine Idee, Freunde. Wir könnten eigentlich noch eine zweite Etage hinzufügen. Okay, Freunde. So, ich würde sagen... Leute, das ist gar nicht mal so einfach, Alter. Ich bin gefühlt ein echter Noob hier in dem Spiel. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Guckt euch das mal an. Okay, und ich würde sagen, lasst uns auf jeden Fall mal hier eine zweite Etage drauf bauen. Oh mein Gott. Wir sind hier am Start. Wir können jetzt sogar eine große Bauhütte bauen. Aber tatsächlich, die brauchen wir gar nicht, Freunde. Ihr seht es hier. Doppelte Hütte brauchen wir nicht. Oder dieses hier. Ne, ne, ne. Wir bauen unsere eigene kleine Noobhütte. Ich fühle mich jetzt schon wohl. Oh. Okay. Guckt euch das mal, Freunde. Ich baue jetzt einfach noch eine zweite Etage hier oben dran. Naja, okay. Das war jetzt echt Noob-like, Leute. Und oh mein Gott, was? Wir sind jetzt einfach hier schon Level 2, oder? Wir haben jetzt einen Grasmann? Okay, keine Ahnung, Freunde. Aber ich würde sagen, das finden wir uns auf jeden Fall... Erschafft ein Dorf in der Umgebung. Oha, wie nice. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall auch noch da, um ein bisschen was zu erkunden, ne? Und oh, warte mal, Freunde. Ich habe Hunger. Ich habe ganz vergessen, dass ich essen muss. Und wenn ich die Map angucke, dann haben wir noch kaum was entdeckt. Und oh mein Gott, Freunde. Guckt euch das an. Bäm. Alter, meint ihr, ich kriege diesen großen Baum kaputt? Ich meine, Alter, der ist echt riesig. Wow, was? Und oh mein Gott. Alter, ich will ja nicht sagen, aber das war ein Mammutbaum. Okay, Freunde. Let's go. Ordentlich viel Holz mitgenommen. Und hier ist noch mehr. Oh mein Gott, Alter. Hier gibt es so dick Ressourcen. Einfach nur ein Steinchen mitnehmen. Ja, ich habe auf jeden Fall hier alles mit. Warte mal. Warte mal, was ist denn das denn für ein Tier? Hä? Einfach ein Wolf? Hallo, kann ich dich streicheln? Oh. Aua. Junge. Nein, Freunde, schnell. Hinter mir ist der Wolf. Oh oh, ich habe ein kleines Problem, Leute. Nein. Oh oh, Freunde. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh ja, Vicky Gang. Greift die da. Ich weiß wirklich, was ihr tut. Aber die haben den erledigt. Nice. Okay, Freunde. Ich werde erst mal Kürbis essen. Denn, Freunde. Oh mein Gott. Ich habe übelst Hunger. Ich muss mir gleich nochmal ein bisschen Essen grillen. Ich glaube, Essen grillen geht sogar. Und ja, hier nochmal ein bisschen Holzfarben. So. Let's go. Okay, Freunde. Ich werde einfach... Warte mal. Ey. Kann ich den... Das stört es einfach, Freunde. Let's go. Okay, Freunde. Jetzt kann ich einfach mein eigenes Dorf hier entstanden. Oh mein Gott. Hä? Okay. Irgendwas muss man hier machen, aber keine Ahnung, Leute. Okay, und warte mal. Oha. Wir haben jetzt einfach unsere eigene Tür. Mit unserem eigenen kleinen... Ja, mit unserer eigenen kleinen Umgebung bis jetzt hier und hier. Bauen wir Etage Nummer 2. Oh mein Gott. Guckt mal, wie cool das jetzt aussieht. Ich habe jetzt einfach... Neben die Betten einfach... Ja, hier. Jeder kriegt einfach eine Kerze. Gefällt mir. Gemütlich. Und warte mal. Ein kleiner Hocker darf natürlich... Oh. Ein Hocker darf auch nicht fehlen, aber ich habe einfach keine Ressourcen. Na moin. Okay, Freunde. Ich würde sagen, haut euch mal ins Bett. Wir gehen alle schlafen. Gute Nacht, Freunde. Okay, ich habe jetzt meinen Respawn-Punkt auf jeden Fall hier. Hey, Junge. Geh mal schlafen, Walter, Mann. Mit Sonnenblume reden. Hallo, ich bin Sonnenblume. Du findest mich oft draußen auf den Feldern. Wie schön, dich zu treffen. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf, Junge. Ressourcen arbeiten. Äh, sammel Ressourcen. Yo. Jetzt geht mal ein bisschen arbeiten, Junge. Schluss mit lustig hier. Sammel ein paar Ressourcen, Mann. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich werde trotzdem jetzt mal ein bisschen wieder farm hier. Okay, Freunde. Und ich habe nämlich gesehen, dass man sogar Bretter verarbeiten kann. Und vielleicht können wir uns später auch mal irgendwie so ein Schwert oder Rüstung machen. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, hä. Und ich würde sagen, wenn der nächste Tag angebrochen ist, dann werden wir auf jeden Fall mal in die weite Welt hinaus. Die Leute sind hier schon übelst weit gekommen. Und wir haben einfach eine zweite Etage. Ja, moin. Oha, wie nice. Okay, wir brauchen erstmal ein Sägewerk. Ich weiß gar nicht. Haben wir schon eins? Nee, ich glaube noch nicht. Ich gucke mal. Nee, wir haben noch kein Sägewerk. Okay, ich habe gleich alle Materialien dazu. Oh mein Gott, warte mal. Was ist denn das da? Yo, eins ab, Freunde. Oh mein Gott, hier ist einfach ein Zombie. Alter, okay, ich mache den fertig. Let's go, Freunde. Ich habe zwar ein bisschen... Oh mein Gott. Junge, Alter, nimm das zurück, Mann. Ich bin besser als du. Oh mein Gott, wie nice. Okay, warte mal. Hier sind übelst viele Beeren. Ich werde die natürlich alle mit nach Hause nehmen. Vielleicht haben die anderen Leute auf jeden Fall auch mit Hunger. Okay, Freunde. Schluss mit lustig. Und ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich gleich noch ein paar Fackeln. Oh mein Gott, warte mal. Kann ich die auch platzieren? Nee, ich kann die tatsächlich nicht platzieren. Anscheinend. Oh? Ich hoffe, jetzt brennt hier nicht. Alter, wie cool, Freunde. Okay, warte mal. Ich mache einfach jetzt hier so vor den Eingang eine. Ich hoffe, die tut jetzt eine Weile hier brennen. Sieht irgendwie cool aus. Okay, ich werde mal ein paar Beeren essen. Leute, ich habe übelst Hunger. Und mal gucken. Oh mein Gott. Okay, meine Leben oben regenerieren sich damit auch wieder. Perfekt. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Steinen. Ich habe gerade gesehen, ich würde unbedingt gerne dieses Sägewerk mir kaufen, hä? Oh mein Gott. Meint ihr, wir bauen das höchste? Wir bauen einfach das höchste Gebäude der Welt. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich mache einfach mal ein Sägewerk. Ja, hier draußen. Hier sollte es schon passen. So, Leute. Bam. Sägewerk. Und damit kann ich jetzt einfach Planken herstellen. Wie cool. Und warte mal. Guckt mal. Ihr seht es. Hier oben werden die Gegenstände verarbeitet. Und dadurch bekommen wir dann nach und nach neue Planken. Warte mal. Wo ist die Eingangstür? Oh mein Gott. Was? Die ist einfach jetzt hier an der Seite? Okay. Nice. Okay, Freunde. Ich würde sagen, hier kommt mein Stuhl. Warte mal. Den mache ich hier hin. Hier machen wir Essensbereiche hin. Hier könnt ihr dann essen und Spaß haben. Warte mal. Ich kann nicht mal sitzen drauf. Äh, Käpt'n Banane? Okay. Ich würde sagen, kommt mal auf jeden Fall mit. Und okay. Ich glaube, das Schaf ist irgendwie in der Höhle gefangen. Ich weiß gar nicht. Gibt es hier eigentlich richtige Höhlen? Naja, egal, Freunde. Das werden wir auf jeden Fall entdecken. Oh mein Gott. Guckt euch mal diese coole Fortnite-Aussicht an. Und da hinten liegt Schnee. Schneebärne bauen. Okay. Ich würde sagen, komm. Wir fahren. Äh, okay. Tatsächlich müssen wir laufen. Jo, als ob. Einfach eine Spinne. Junge, die macht übelst Damage. Komm her, Mann. Ich mach die fertig. Und da ist ein Wolf. Oh nein. Nein, nein, nein. Okay. Also wie die Gang kommen. Wir machen den fertig. Keine Ahnung. Alter, aber die sind übelst nice aus, finde ich. Komm her, du komische Krabbe oder auch du komische Spinne, Junge. Oh oh. Der Wolf kommt. Okay. Ich renne. Ich nehme meine Beine in die Hand und renne. Okay, Freunde. Ich will auf jeden Fall mal in die Richtung vom Schnee. Und warte mal. Da ist eine Hütte. Oh mein Gott. Warte mal. Da ist eine ganze Stadt. Alter, meint ihr, da wohnt vielleicht mein Opa? Okay, ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Junge, vor dir habe ich keine Angst. Oh. Oh. Okay, okay. Vor denen habe ich keine Angst hier. So. Was? Nein. Oh, warte mal. Eine Minispinne. Wie niedlich. Ha. Sie kann mir überhaupt nichts. Danke. Oh oh. Hier kommen noch mehr? Spinner-Bee. Okay, das Gute ist, ich habe auf jeden Fall unendlich, beziehungsweise ich habe wieder volles Leben. Und hier gibt es ja noch genügend Bären. Njam, 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 njam. Und? Wow. Hier ist mein Rucksack. Danke. Ist hier ein Lootrop? Hier ist einfach eine Kiste. Okay, und? Oh mein Gott. Wolfskrallen und Erde. Wow. Was bringt mir die Erde jetzt? Na toll. Aber Leute, ich sehe da hinten einfach ein Dorf. Mal gucken, ob da jemand wohnt. Hallo. Hier ist Vitamine. Alter. Das ist eine ganze Gemeinschaft hier. Moin. Ich bin's. Vitamine. Was geht? Ey, Junge. Was ist mit dir los? Warte mal. Die greifen uns hier an, Alter. Oh nein. Nein. Junge. Okay. Äh. Leute. Okay, Leute. Ich hab, glaub ich. Oh oh. Junge, was? Okay, weg hier. Nein. Nein. Junge, die greifen uns einfach an. Ich muss hier auf jeden Fall fliehen. Junge, warte mal. Schaff ich den einen hier? Aber, nee, Freunde. Ich hab keine Leben mehr. Oh mein Gott. Ich würde ihn zu gerne angreifen, aber ich trau mich nicht. Ich trau mich einfach nicht. So. Warte mal. Kann ich? Oh mein Gott. Jo. Der wirft einfach. Der wirft einfach Blöcke. Junge, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ey. Okay, Freunde. Ich muss jetzt erstmal essen. Die haben mir einfach übelst viele Herzen abgezogen. Boom. Ha. Ausgewichen. Alter. Ey. Das ist übelst krass, wenn man ausweicht, Freunde. Boom. Und dann angreifen. Na? Was sagst du jetzt, du komischer Wolf? Hast wohl keine Chance mehr gegen mich. Was? Ich bin wohl ein richtiger Lego-Fortnite-Profi geworden. Boom. Oh. Ja, ja. Okay. Neu-Di. Mal kann er auch damage machen, aber ja. Keine Chance gegen mich. Sorry. Okay, Freunde. Ich hab auf jeden Fall eigentlich noch genug Leben. Und schaut mal an, wie groß die Map ist. Okay. Komm, Banane. Wir gehen unseren eigenen Weg. Sag mal, was wird hier wohl sein? Meint ihr, hier gibt's kostenlose Bananen? Keine Ahnung, was ich damit mache. Jo. Ah, Dynamit. Junge, das hätte mir aber jemand vorher sagen sollen. Alter, Freunde, das sieht übelst nice aus hier mit dem Schnee. Okay, Freunde, ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall viel auf euch zu. Also lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kurz zu abonnieren. Und dann werde ich auf jeden Fall öfters mal dieses Lego-Fortnite machen. Vielleicht können wir uns sogar hier unsere eigene Stadt bauen. Und wenn du gerne... Oh. Mir ist kalt. Okay, warte mal, Freunde. Ich glaube, dann kann ich eine Fackel nehmen und... Okay, wird nicht besser. Warte mal, was ist, wenn ich die Werfe und mich hinstelle? Wird mir dann wärmer? Oh. Ich muss mich auf jeden Fall um Rüstung kümmern oder irgendwas anderes, damit mir warm wird. So, weg hier. Aber, Freunde, wir werden diesen. Hey. Oh nein, Freunde, ich lebe gleich nicht mehr. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, was? Ich habe es gerade noch so überlebt, Freunde. Aber ich... Warte mal, kann ich rohes Fleisch essen? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich doof, aber... Oh mein Gott, okay, das hat einfach wirklich was gebracht. Oh nein, warte mal, mein Kumpel. Oh oh, er ist von uns gegangen. Ich habe einfach so mal seinen Rucksack mitgenommen. Wird schon richtig sein. Hey, Junge, du komische Turkel da. Was ist das für komische Krebs, Mann? Oh, kann der mich mal jetzt in Ruhe lassen? Ich habe keinen Bock auf den. Ich habe auch kein Leben mehr, Leute. Ich will nicht der Nächste sein, der Umfeld. Und, Freunde, guckt euch mal an, wie weit mein Zuhause weg ist. Oh Mann, ey. Meint ihr, ich sehe überhaupt noch mal jemals meine Familie? Okay, mein Inventar ist ordentlich fertig. Und warte mal, was sind das hier? Die Schneebeeren? Oh mein Gott, was? Äh, nee, zwei Minuten Feuerresistent. Okay, keine Ahnung, Freunde, aber auf jeden Fall... Hey, Leute, was ist hier passiert? Wir gucken es uns auf jeden Fall mal an. Hat er ordentlich gesammelt. Wir haben jetzt mindestens zwei Dorfbewohner schon. Und, ja. Alter, einfach Fenster. Okay, das ist ein Riesenfenster, Leute. Das dürft ihr nicht beachten. Aber ich würde sagen, Freunde, bewertet gerne mal unser Lager für den ersten Tag oder fürs erste Mal. Auf jeden Fall mit 10 Punkten, ne? Schreibt mir auf jeden Fall einen netten Kommentar. Lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei einem zweiten Teil. Bis dahin. Tschüss.